Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Arknum. Ähm, bevor wir jetzt... Ich weiß, ich hab im letzten Part gesagt, ey, in Ebelbergen und so, äh, gibt aber noch eine Sache, die ich noch machen möchte. Jaja, es gibt da noch einen Begleiter. Wir sind jetzt eh schon viel zu mächtig für dieses Anfangsnest, sag ich jetzt mal. Ah, sehr schön, 56 Energie, seht ihr das? Und dann haben wir nur noch den Bonus. Also es ist richtig, richtig, richtig schön. Ähm, es gibt noch eine kleine Sache, die ich vorher haben möchte. Und zwar gibt es noch einen Begleiter, den man sich vielleicht vorher noch holen sollte, bevor man, äh, Level 13 wird. Und wir sind, glaube ich, Level 11 oder 12. Ich weiß es nicht ganz genau. Also zumindestens, wenn man unbedingt, so wie ich, drauf besteht, dass die Begleiter zwangsweise unbedingt, ähm, dass die Begleiter zwangsweise unbedingt ganz genau das mit dem Level und bla bla bla. Das braucht ja nicht jeder. Aber ich hätte es halt schon gerne, der Komplettheit halber und weil ich es cool finde. Und zwar, weil, weil Baum. Genau deswegen. Vor allem der letzte Grund, weil Baum. So, dann kriegst du das hier noch. Und dann machen wir mal was anderes. Und zwar tue ich den ganzen Schmuh, den ich hier eh nicht verkaufen kann, tue ich mal ablegen, weil der nimmt eigentlich nur Platz im Inventar weg. So, und so, und sortieren. Und jetzt können wir weiterreisen. Juppidu. Ähm, das ist euer Tod. Die kommen ganz schön oft, die Typen, ne? Ach, ich hätte noch plündern wollen, ne? Ach, ist ja auch egal. Ja, ähm, am Anfang ist es immer so, am Anfang hat man immer riesige Geldknappheit. Das ist am Anfang richtig krass. Bin ich jetzt LV11? Ne, ich bin erst LV11, dann passt schon. Am Anfang hat man riesige Geldknappheit und irgendwann kann man sich vor dem ganzen Scheiß nicht mehr retten und man lässt einfach alles liegen, weil es einem egal ist. So, hier irgendwo eine Ortschaft. Ich muss gar nicht zu der Ortschaft, zu der ich jetzt gehe. So, Blackrut. So, hier gehen wir. Ich möchte mich jetzt nicht so lange aufhalten und erklären, was Blackrut ist. Wir werden später auf jeden Fall nochmal hierher kommen. Ich wollte jetzt einfach nur mal so hinreisen, weil ich muss zu einer anderen Stadt, Aschbury. Ja, was zum Teufel machst du da? Ich muss zu Aschbury und in Aschbury, das heißt eigentlich Ashbury, aber ha, ha, Arsch, weil, weißt schon und so. Ähm, so, dann haben wir hier Aschbury und dann haben wir hier Plätze reservieren sicher, ja, Mittel, ja, ja, ähm, 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 ähm. Ja, bla, 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 bla. Ja, ähm, im Grunde war es, ähm, ähm, ist ja egal, ähm. Kann ich jetzt einsteigen oder nicht? Ach so, ähm, man muss als Magier, muss man den letzten... Ja, ich werde das beim nächsten Mal, werde ich das ausführlicher, ähm, mit dem, ab, werde ich das ausführlicher, ähm, erläutern, was das mit dem Zug auf sich hat. Jetzt möchte ich erstmal hier meinen Begleiter holen. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt gucken. Ähm, und dann werden wir hier gleich wieder abbauen. Und dann gehen wir nach Nebelbergen. Ja, ja. Wir werden irgendwann mal nach Nebelbergen kommen und dort die Quest machen, in der ersten Stadt. Und dann schauen wir mal weiter. Uh, ein zwielichtiger Mensch steht da. So, schauen wir mal. So. So, ich glaube, es war hier irgendwo. Ich bin mir noch nicht sicher. War das hier irgendwo? Bin mir nicht sicher. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Da war das. Äh, warum habt ihr mich unterbrochen? Warum trete ihr dir gegen diesen Hund? Diese räurige Flohkutsche kümmert euch nicht darum. Noch ein paar Tritte und der nervt keinen mehr. Äh, womit hat der solcher eine Behandlung verdient? Der Köter kam geradewegs in mein Esszimmer und hat mir das Abendessen vom Teller geklaut. Und das nicht zum ersten Mal. Der streunert hier seit einer ganzen Weile rum. Aber diesmal habe ich ihn erwischt. Armes Ding. Wenn er, ähm, wenn er sich in ein Haus geschlichen hat, war er sicher sehr hungrig. Hungrig? Was kümmert mich, wenn dieser Bettvieliger hungrig ist? Jedes Tier, das dumm genug ist, mir etwas zu klauen muss. Den Preis dafür bezahlen. Ähm, vielleicht solltet ihr mal den Preis bezahlen. Er wird bleich. Äh, na, wir werden doch nicht gewalttätig werden, oder? Äh, hier, ich gebe ihn euch. Wenn ihr den Hund doch unbedingt haben wollt, nehmt ihn da los. Er gehört euch. Ich mache mich da mal auf den Weg. Verschwinde hier, bevor ich es mir anders überlege. So. Und jetzt gehört dieser Hund zu unserer Truppe. Ja, jetzt haben wir einen Hund, die auch noch mit dabei. Ähm, dieser Hund ist anders als die anderen Begleiter. Der ist, ähm, hat kein Inventar. Jetzt muss er ja natürlich aufhören. Der Hund hat kein Inventar. Und mit dem Hund kann man nicht reden. Der Hund zählt auch nicht zu den übrigen Begleitern. Weil ich habe ja mit meinem Charisma 12, habe ich ja maximal, ähm, drei Begleiter. Aber wie gesagt, der Hund zählt nicht zu den normalen Begleitern dazu. Deswegen, äh, können wir den noch mitnehmen. Also, nicht, dass ihr denkt, äh, was hat denn der im letzten Part für einen Scheiß gelabert? Das geht ja trotzdem. Ne, ne, das hat schon alles seinen Grund. Ähm, und jetzt steigen wir hier ein. Nein. Ähm, Tarant. Okay, was ist denn jetzt schon wieder? Ich hasse diese Zugwart. Da müssen so viele, ähm, Tarant. Möchte ich am Petsche reservieren. Ja, aber hab die Petsche reserviert. Fein. So, jetzt, ähm, so. Nach Tarant. Plätze reservieren. Ach, sie will jedes Mal diesen Scheißdreck durchgehen. Forscher, Forscher, ich bitte ihr etwas Geduldes. Dauert nur einen Moment und dient eurer Sicherheit. Verstehe. Bringen wir es hinter uns. Seid ihr eine Gruppe, ein Magerkundiger? Ja. Würdet ihr als Mitglied eurer Gruppe, das Magie verfügt, am meisten beschreiben? Mittlerer Komplexität. Ähm, führt ihr magische Gegenstände mit euch? Wurden, äh, ihr Leute von, wurden die Leute, die nicht zu eurer Gruppe gehören, gebeten, magische Gegenstände mitzunehmen? Ja. Sind unter den magischen Gegenständen, die ihr weich habt, solche, die mit Explosionen, Hitzefeier, Elektrizität, Energie zu haben? Ich fürchte ja. Danke, dass ihr die Fragen beantwortet habt. Ihr werdet im Magier, im Schlusswaggon reisen müssen. Das Schaffen, das Magierschlusswirtler, am Ende des Zuges, wird dich beim Einsteigen behilflich sein. Ja, das ist sehr vernünftig. Fünf. Ja, nehmt die Reservierung vor. Danke. Du bist der Magier. Zugkomme, Tarant. Ja. Können wir reinsteigen. Tiere sind an Bord nicht erlaubt. Wie darf ich euch behilflich sein? Aha, Rückerstattung. So. Na gut, wir können mit dem, jetzt, also jetzt ist es echt asozial. Jetzt können wir mit dem Scheißding nicht mal mehr reisen. Jetzt haben wir einen richtigen Grund, warum wir Teleport lernen. Wenn wir jetzt nicht mal mehr mit dem Zug reisen können. Das Problem ist, wir sind jetzt am Arsch der Welt. Und, ähm, ja. Ja, 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 ja. Wir sind am Arsch der Welt. Und jetzt müssen wir nach Nebel bergen. Okay, das könnte jetzt etwas dauern. Und, äh, werden auf dem Weg wahrscheinlich jede Menge Monster erledigen. Und werden wahrscheinlich bis zu Level 14 oder so aufsteigen. Aber gut, ein paar Level-Ups können ja nicht schaden. Und dann können wir wieder ein bisschen was, äh, hey, halt, Mensch, Menschenschwein. Wenn ihr wollt, leben ihr, gebt uns Münzen 200. Lieber würde ich euch anpinkeln und schauen, was aus euch rausläuft. So, du bist dort. Uh, Schreckensrüstung hat der dabei gehabt. Was wünscht ihr von mir? So. Was wünscht ihr? So, so, so. Wo ist das? Knochendolch, okay. So, du kriegst den ganzen Schmuh. Viel Spaß damit. So. Ah ja, ähm, Virtual hat jetzt, ähm, ist mittlerweile vom Level her so aufgestiegen, dass er, ja, ich kann nicht mal rechtzeitig angreifen. Da sind die, die sind schon auf dem Weg. Das ist der Wahnsinn. Ähm, Virtual ist jetzt vom Level her so hoch, dass er eben Entgiftungszauber wirken kann. Ziemlich cool, ähm, aber meistens haut er damit, ja, jetzt, jetzt er schon wieder. Meistens haut er seine Energie einfach nur sinnlos raus. Das ist nicht mehr schön. Aber gut, hilft dir nichts. Komm schon, mach hin, ne? Ich könnte auch mal wieder skillen, dann würde meine Zauber noch mehr Damage machen. Aktion, Kontinentansicht, Kartenansicht. Ich komm nicht zum Zaubern! Ah! Aber das Gute ist, ähm, meine Begleiter halten mir die Gegner vom Leib. Schlägertyp tot. Oh Gott, so viel Zeug schon wieder. Ich seh schon, das Erste, was wir machen, wenn wir in Nebelbergen sind, äh, wir müssen das ganze Zeug verkaufen. Hahaha. Ah! Ah, komm schon her! Aber ich muss sagen, der Nekromantzauber ist schon sehr, also der Schadenszauber. Oh fuck, die geben so viele Erfahrungspunkte, die Wölfe. Das ist der Hammer. Ähm, die ist ein sehr praktischer Schadenszauber, weil er wirklich auf ein Ziel einfach wirklich starken Damage macht. So, jetzt sind wir endlich in Nebelbergen. Hoffentlich auch zu Tage. Jawoll! Gut! Können wir jetzt zu Restetze gehen und, äh, unseren Schmuh verkaufen. So, so, so. Die ist 240 Münzen wert, tatsächlich. Das ist ja Wahnsinn. Stab der Scheineheiligkeit, zufälliger Schutzschild. Dann könnten wir ja mal dem Ding hier geben. Barbarenkleidung. Das ist gar keine Schreckensrüstung, das ist eine Barbarenkleidung. So. Er will ihn gar nicht tragen. Dann verkaufe ich ihn halt einfach. So, und jetzt nehmen wir gleich den anderen Schmuh mit, weil wenn wir schon mal dabei sind, Platz zu machen, dann machen wir gleich richtig Platz. Weil, sonst haben wir nachher wieder irgendwo, das ist das Problem, wenn man dann nachher irgendwann mal in einem Dungeon oder so drin ist, dann hat man das Problem, ähm, dass, dass irgendwann, irgendwann ist es einfach so, du, dass nicht nur dein Inventar ist voll, sondern von den ganzen Begleitern, alles ist voll und das ist halt schon ein bisschen nervig. Hast du noch jede Menge Münzen, das ist ja cool. Ah, werdet ihr mit null zufrieden? Nein, werde ich nicht. So, dann haben wir den hier noch. Der hat nichts dabei, der hat nichts dabei. Ah ja, gut, sind eh gleich, sind eh gleich wieder leer. Tauschhandel. So, 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 den ganzen Schmuh nochmal verkaufen. Weg, weg, weg und weg. Ah, fechster Dolch, der braucht auch keine Sau, komm weg damit. So, jetzt haben wir wieder ein aufgeräumtes Inventar. Sehr schön. So, dann, Teleportation, Mindest Level 15. Ich werde wahrscheinlich Teleportation ziemlich früh lernen und ziemlich cool sein, weil ich ziemlich viel rumporten kann und so und das ziemlich geil ist. Ähm, ja, dann fangen wir mal an und machen hier mal die Quests und schauen uns mal so ein bisschen um in Nebelbergen. Das ist auch ein Grund, warum ich mich, ähm, gescheut hab vor einem Let's Play, weil man hier einfach zu viel erkunden kann und weil es einfach zu lange dauert. so, 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 da, da seid ihr jetzt endlich alle tot. los, so, sehr schön. Dann kann ich mich jetzt umgucken. Unverschlossen, sehr schön. Da ist nichts drin. Da ist ein bisschen Zeug drin. was ist denn das, was ich da gefunden hab? Tabakblätter. So, so, hier ist kein Fass mehr, was ich plündern kann. Sieht nicht so aus. Gut, dann können wir mal hochgehen und mit dem Typen da sprechen. Gefällt euch meine Dampfmaschine? Gehört mir. Ich halt sie sauber. Sie läuft ganz gut. Ich, äh, verstehe. Sehr schön. Ja, ja, schön glänzig. Ihr sehen, ich mag Dampf. Dampf ist heiß. Mache ulkige Geräusche und ihr kümmert euch also um dieses Ding. Ich gut mit Maschine. Ich gut reparieren. Gefällt euch meine Dampfmaschine? Schön glänzig. Ich verstehe. Also, das hier war zwar intellektuell stimulierend, aber ich muss gehen. Ich mag meine Schiene. Sieh, mein Freund. Ja, ja, du bist mit deiner Maschine sicher voll super glücklich. Das ist ein Tempel, okay? Was macht diese Maschine ja eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ähm, ich hätte eine gefragt. Nee, der kann mir nichts erzählen. Lappen. So, dann gucken wir mal zu dem Doc, ob der noch irgendwas hat für uns. Womit kann ich willpflicht sein? Ich hätte gern, dass sie mich heilt. Lehrlingsausbildung, Experten. Nö, der hat nichts mehr für uns. So, dann gehen wir mal da rein. Speichern wir vorher ab, weil... Ah ja. da war eine Falle dran. Eigentlich darf man hier nicht einbrechen, aber hey, hallo, ich bin Magier, ich kann alles. So, dann gehen wir mal darüber. das ist das Quartier der Wachen, glaube ich, weil da so viele Betten drinstehen. Gibt's in mehreren Ortschaften. So. Ah, wie gut euch kennenzulernen. Sehr gut. Ähm, schließe ich einen Tauschhandel ab. Treibstoff. Ah, ich kann mir mal die ganzen Verpackungen hier, die ganzen Zutaten kaufen. Und dann, dass der Lebensbringer stellt, Ziel des Lebens wieder her. Ist ein technischer Gegenstand. Ähm, ich glaube, der wird uns nicht helfen. Und jetzt können wir hier das hier erlernen. So, und so. Und jetzt können wir theoretisch auf Anleitung gehen. Nicht? Doch, hier, jetzt können wir das zum Beispiel lernen. Das können wir lernen, wenn wir von Chemie 10 haben. Also, die Zutat erfordert das eben. Da brauchen wir Chemie 25. Oh, mehr haben wir noch nicht erlernt. So, ähm, ich hätte gerne eine Lehren, Ausbildung. Nö, könnt ihr mich zum Experten im Hallen ausbilden? Nö, ich suche Arbeit. Ähm, bräuchte dir vielleicht irgendetwas? Ach, die Stadt ist klein und ich brauche, ähm, und ich brauche nur wenig. Es gibt nicht, ähm, nichts, was irgendjemand für mich tun könnte. Sie musste dich und wirkt für einen Augenblick in Dankfunk versunken. Ihr seid offensichtlich nur auf der Durchreise. Sagt mir, seid ihr schon weit gereist? Ich bin neun, neun, ich stehe, ich stehe erst am Anfang einer Reise. Ich kann nicht sagen, wie weit ich rumkommen werde. Nun denn, falls ihr bei euren Reisen zufällig ein Elfen-Ambulett stoßt, das auf dem Namen Nthaler eingraviert ist, ähm, würde ich euch bitten, es mir zurückzubringen. Es ist ein altes Familien-App-Stück, das von Generationen gestohlen worden ist. Wie könnte, wo könnte es einem eurer Meinung nach sein? Ich habe nicht die leistesten Hinweise auf seinen Verbleib. Sie wirkt etwas, sie wirkt etwas wird. Ich weiß nicht, warum ich habe, ich, ich weiß nicht, warum ich euch davon überhaupt erzählt habe. Vielleicht haben die vielen Jahre meine Sinne vernebelt. Wie die mir auch sei, falls ihr es irgendwo finden würdet, ich würde euch reichlich belohnen. Und jetzt kann ich hier noch was für euch tun? Nö. Du kannst gar nichts für mich tun. Du nervst mich. So. So, hier gibt es auch nichts. Nö. Ja, es ist Nebelbergen, es ist ein kleines Kaffee, es gibt hier nicht besonders viel, das ist wirklich so. Was man tun könnte, man könnte hier so rumlaufende Viecher töten, wenn man das tut, dann reifend einem das ganze Dorf an. Und alle hassen einen plötzlich. Wenn man so ein Hühnchen angreift, oder so eine, wo ist es denn? Irgendwo laufen hier Hühner rum. Wenn man das macht, dann hat man gleich das ganze Dorf gegen sich. Wo ist es denn? Das ist eine Vogelscheiche, aber die meine ich nicht. Ähm. Ich könnte mal da unten reingehen. Da unten war ich glaube ich auch noch nicht. Da, hier ist ein Hühnchen. So. So. Ich verstehe nicht, warum wir eine solch anständige Kreatur angreifen. Ich werde das nicht mehr viel länger mitmachen. Ja. Und wenn deine Wache das zieht, dann greifen wir nicht alle an. Das hat jetzt nicht funktioniert. So. Da. Meins. Was immer du bist, du gehörst jetzt mir. Ich weiß nicht, was ich dich brauche, aber du gehörst jetzt mir. So. So. Die Wachen sind Level 15. Dürfte ich locker besiegen mittlerweile. So. Was haben wir denn hier? Ja. Womit kann ich euch behilflich sein? Ähm. Ein Halbling-Zauberer. Oh. Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin Jongel Dunn, gebildeter Magier und Alchemist. Wenn ihr Nebelbergen ein Problem magischer Art habt, bin ich mit der richtige Mann dafür. Ihr habt mich zu einem schlechten Zeitpunkt durch. Vielleicht können wir uns später unterhalten. Ist ja genug kennenzulernen. Könnte ich euch behilflich sein? Ah. Vielleicht. Ich habe in Nebelbergen ein ziemlich delikates Problem. Streng vertra... Streng vertraulich, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich. Dürfte ich euch fragen... Und dürfte ich drüber Fragen stellen. Sicher. Ähm. Ihr sagt jetzt, dass ihr euch müsst. Was bedeutet das? Ein Alchemist ist eine Person, die Eigenschaften von Objekten studiert und dann ausprobiert, wie es mit einem... wie... eines mit einem anderen zusammen reagiert. Es ist nicht eigentlich Magie, ähm. Jedoch auch nicht Wissenschaft. Es hat, ähm. Jedoch Charakteristika bei der Richtung. Ich bin so etwas wie ein Universal-Dilettant. Könnt ihr mir folgen? Selbstverständlich. Darf ich euch noch was fragen? Was ist euer Problem, Mr. Don? Äh. Er beiegt sich vor und blickt hier geheimnisvoll um. Es gibt hier in Nebelbergen eine Verschwörung. Ein dunkler Plan voller Räsel und Intrigen. Interessant. Äh. Was genau scheint hier vor sich zu gehen? Diese Stadt ist darauf aus, mich loszuwerden. Dieser Constable Owens hat den Leuten eine Gehirnwäsche verpasst und jetzt ist er nur noch eine Frage der Zeit, bis ich gezwungen bin zu gehen. Ich verstehe. Was der Constable Owens denn euch angetan? Was sie mir angetan hat? Der Mann hat die natürliche Ausgewogenheit in Gefahr gebracht, mit der ich mein Brot verdiene. Wisst ihr eigentlich, was das Vorhandensein dieser verdammten Dampfmaschine mit den magischen Fähigkeiten antut? Nein, wovon redet ihr? Ach, ich verstehe. Er spricht von der Natur, von Magie und Technologie. Ganz genau. Und dieser Constable Owens schwächt meine Kräfte. Es gab eine Zeit, zu der ich das mächtigste Mann von Nebelbergen war. Meine Güte, eine große Stadt wie diese. Der Sarkasmus nimmt da gar nicht wahr. Ja. Eine große Stadt wie diese. Ja. Wenn nur irgendjemand das dagegen unternehmen könnte. Er wirft dir einen verstehenden Blub zu. Was genau schlagt dir vor? Senkt seine Stimme. Wenn ihr eine Möglichkeit finden könntet, diese Höllenmaschine aus Betrieb zu setzen, könnt ihr mich unter Umständen von ein paar Hölterenken trennen. Was meint ihr? Einverstanden. Oh, toll. Dann freue ich mich bald wieder von euch zu hören. Gut. Da haben wir wieder einen bösen Auftrag bekommen. Von einem bösen, bösen kleinen Zauberspastiker. So, schauen wir mal, was da unten ist. Ein paar kleine Häuschen haben wir noch vor uns. Dann haben wir Nebelbergen auch fertig. Ist ja eine keine große Stadt. So. Ah, was kann ich für euch tun? Könnte ich ja sprechen. Womit kann ich dienen, Madame? Was ist denn hier los, gute Frau? Habt ihr von den Geist von Bessi tun gehört? Seid ihr in der Mine heimgesucht? Tut es kein gutes Erz mehr aus dem Video gefördert worden. Ja, so ein Passivorl ist darüber auch schon ganz verzeifelt. Ihr wart meine große Hilfe. So, dann speichern wir mal ab, weil öffnen ist immer gefährlich. Sehr schön. Nicht immer tödlich, aber meistens. Könnte ich, ähm, was kann ich dienen? Gerüchte. Ah ja. Nö, du hast keine Gerüchte für uns. Schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall noch einen Quest mit der Bessi Tunin. Das weiß ich. Ich sollte einfach immer alle Häuser durchsuchen und mit allen Leuten sprechen. Wer wirklich, das zu genügen ist auf meiner Seite. Wer seid ihr? Ähm, der Merkel sieht, ich müsste anbeginn zu schwitzen. Ich bin Fastwell Tun. Warum fragt ihr? Warum seid ihr so nervös? Was? Ähm, ich, äh. Er stößt einen hörbaren Seufzer, der erleichtert war. Ich dachte, ihr werdet hier, um mich zu töten. Der Geschäftsmann, dem ich gezwungenermaßen die Mine verkauft habe, ist ziemlich skrupellos. Er ist ziemlich erbös darüber, dass er das Erz in der Mine schlecht geworden ist. Ähm, er ringt die Hände. Ich muss einen Weg finden, meine Mutter zu befreien. Ähm, es ist ihr Geist, der das Erz schlecht macht. Er blickt dich bittend an. Ähm, vielleicht kann ich euch helfen? Oh, das wäre wunderbar. Er klatscht begeistert in die Hände. Wenn ihr das tun würdet, wäre ich euch auf ewig dankbar. Das würde mich eine Belohnung in Höhe von 500 Goldstücken bedeuten. Ich werde zurückkehren, wenn ich mich um die Angelegenheit gekümmert habe. Ich habe mit den Geist eurer Mutter gesprochen. Wirklich, das hat sie gesagt. Sie sagte, Sarah, meine geliebte Sarah. Wer ist Sarah? Abgesehen davon, dass ich auch Sarah bin? Äh, jemand anderes. Er verzieht angewiesen das Gesicht. Sarah. Ja. Sarah, das ist meine Schwester. Diese Person muss man einfach hassen. Sie hat uns verlassen. Um in das verfallene Königreich Dernholm zu gehen. Was für ein Erfolg gegenüber unserer Familie. Ich verstehe. Was könntet ihr wohl sagen, wo Dernholm liegt? Warum? Was kümmert es euch? Ihr wollt mit ihr sprechen? Was? Ich glaube nicht, dass das klug ist. Ich meine, sie wird euch nichts Nützliches sagen können. Es könnte trotzdem hilfreich sein. Ich muss etwas finden, wo ich ansetzen kann. Nein. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie man dorthin kommt. Ich schätze, ihr solltet woanders nach Antworten suchen. Vielleicht sollte ich mit Typen sprechen, die die Mine eurer Mutter besitzt. Der, tja, der lebt nicht hier. Er ist irgendwo Tarant. Ich glaube, dass ihr irgendwie hilfreich wäre. Abgesehen davon wäre es gefährlich für euch, mit ihm zu sprechen. Er ist ein ziemlich unangenehmer Typ. Versteht ihr? Trotzdem, wenn ihr sagen könntet, wo ich Tarant finde. Naja. Warum ist eure Schwester nach Dernholm gegangen? Was weiß ich. Sie war immer so gereizt und unfreundlich zu mir. Es hat meiner Mutter das Herz gebrochen, als sie fortgegangen ist. Vielleicht, wenn ich mit dir spreche. Warum? Aber warum wollt ihr das denn tun? Es wird euch keine große Hilfe sein. Ja, du magst nicht mit mir reden. Ich habe das schon verstanden. Du willst mir nicht sagen, wo deine verdammte Schwester ist. Dann lass es einfach bleiben. So. Dann haben wir das da durchsucht. Schauen wir mal, was da oben noch so los ist. Dann sind wir eben schon bald fertig mit Nebelbergen. Dann werden wir als nächstes Sarah suchen. In Dernholm. Aber ich hätte halt vorhin gerne Level ab. Oh Gott, ich brauche noch drei Level. Da kann ich es vergessen. Dass ich mich normal fortbewege. Oh, ein Schwein. Ein Schweinchen. Ne, hier ist nichts. So, schauen wir mal darüber. Da könnte noch was sein. Komm, geh rein. Ah, nö. Da ist auch nichts. Haben wir jetzt alle Häuser abgeklappert? Seint so. Scheint so. Ich glaube, das waren jetzt echt alle Häuser. Ähm, dann gehen wir mal... Ähm, dann gehen wir mal... Da bin ich. Dann gehen wir mal... Da hin und dahin. Gehen wir mal zu dem Doktor und sagen ihm, dass Jungle Dunn oder Dschungel Dunn oder keine Ahnung wie der Typ heißt, möchte, dass wir die Dampfmaschine zerstören. Da ist er bestimmt nicht der Freude darüber. Ich meine, wir sind zwar Magier und mögen auch keine Dampfmaschinen und so Zeug, aber trotzdem ist es ziemlich asozial, so etwas Böses zu tun. Ähm, ja, ich muss mich jetzt verabschieden. Okay, dann muss ich mal mit dem Typen sprechen. Vielleicht kann der mir weiterhelfen. Ähm, ich habe mich auch das Problem mit der Brücke beseitigt. Wirklich gut, ich habe 50 Goldstücke für die Arbeit geboten. Hier, bitte. Vielen Dank nochmal. Noch eine dumme Kleinigkeit. Es gibt etwas, das ich erzählen muss. Jungle Dunn möchte, dass sie die Dampfmaschine zerstöre. Tja, das ist etwas, das in meinen Fachbereich fällt. Ich schicke ein paar Leute los, die mit diesem verrückten Zauberer reden sollten. Vielleicht werde ich ein paar Wachen im alten Tempel aufstellen. Es gibt da noch etwas, mit dem ich euch besprechen muss. Okay, ne, passt. Haben wir alles erledigt. Der Quest dürfte fehlgeschlagen sein. Ja. Bla, bla, bla. Held von Nebelbergen. Segnung. Am mächtigsten Grizzlybär. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Das waren jetzt, soweit ich weiß, wir haben jetzt hier keine Dinger mehr offen. Aber wir waren hier hinten noch nicht drin. Wir waren hier hinten noch nicht drin. Hier können wir nämlich auch rein. Sehr schön. Und dann können wir noch da das Zeug mitnehmen. So, das war es jetzt mit Nebelbergen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus hier und begeben uns auf die Weltkarte und reisen dort mal weiter. Und jetzt gehen wir mal nach deren Holm und schauen wir mal, ob wir was über die Schwester Sarah herausfinden können. Die hat uns vielleicht was zu Bessie tun zu sagen. Was zum... What the fuck? Warum sind hier... Warum sind hier Wölfe? Das habe ich nicht gewusst. Okay. Ist mir jetzt aber auch egal. Weltkarte ist nicht verfügbar. Was soll das heißen? Hallo? Ich habe auch keine Startkarte. Ich habe gar nichts. Jetzt habe ich wieder eine Karte. Ach, da müssen wir den ganzen Weg laufen. Ja, von mir aus. Es gibt ja... Es ist ja mal nichts Besseres zu tun. Ähm, genau. Und dann, wenn wir Level 15 sind, werde ich als nächstes den Teleport-Zauber lernen. Dann, äh, können wir in Zukunft uns ganz schick fortbewegen. Würde ich wahrscheinlich in einem Spiel nicht lernen. Aber da das hier nicht normal ist, sondern ein Let's Play ist und uns unglaublich viel Arbeitszeit abnimmt und Aufnahmezeit und... Nerv! Äh, ist das wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir das so machen. So. Ich weiß zufälligerweise, wo deren Holm liegt. Sonst müssten wir wieder alle möglichen Leute befragen. So. So, so. Reisen wir erstmal so weit. Dümmdi-dümmdi-dümm. So, und dann müsste deren Holm, glaube ich, hier irgendwo liegen. Sicher bin ich mir nicht. Aber das werden wir schon finden. So, ich durfte auch mal ein bisschen angreifen. Das ist aber nett von euch. Das Problem ist, wenn man Magier ist, ist man meistens nicht schnell genug, um irgendwas zu töten. So. Das war's für dich, du Wildsau. So, und... Echt nicht? Ich dachte, das ist hier irgendwo. Gut getroffen, nicht wahr? So, schau mal. Das ist die nächste Stadt. Das ist deren Holm. Hier befindet sich dann auch irgendwo Sarah. Und vielleicht kann uns die zu Bessie-Tun-Mine irgendwie was Besseres sagen. Du kannst das Ziel nicht sehen. Das ist das Tolle an Magier. Du kannst einfach hingehen. So, ich mach dich auf. Ich mach dich auf. Und ich mach dich auf. Und leck mich am Arsch. Danke für die Heiltränke. Danke für das ganze Zeug hier. Und danke für das ganze Zeug. Und tschüss. Ja, Magier sein ist ziemlich geil. Magier sein ist ziemlich cool. Es gefällt mir. Es gefällt mir sogar besser als, äh... Das andere. Nicht... Ach, genau. Das andere. Wie hieß das andere nochmal? Nicht Magier sein war ja das andere. Wie kann ein Schwertständer verschlossen sein? Hallo? Was zum Teufel? What the fuck? Gut. Dann haben wir hier das da. Haben wir alles. Gut, Leute. Ähm. Lass ich es jetzt erstmal gut sein für diesen Part. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir das nächste Mal. Und dann gucken wir uns hier in Dernholm um. Die Stadt ist zumindest ein bisschen größer. Aber auch nicht wirklich groß. Und es ist eine abgefuckt arme Stadt. Ähm. Aber mehr dazu beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.